Heute gibt es den dritten Part unserer Angular React Form Reihe. Heute bauen wir Custom Input Felder. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial und dem dritten Part dieser Angular Reihe. Und zwar geht es heute dafür, Custom Input Felder zu bauen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich die Standard Input Felder wie normales Input Feld, Text Area, Select und so weiter. Aber es gibt vor allem bei komplexen Anwendungen immer wieder den Use Case für eigene Input Felder, die so nicht existieren, die aber in einer Anwendung immer wieder benutzt werden. Das kann eine ganze Reihe von Standard Input Feldern sein, wie dieser klassische Toggle, den man auf jeder Webseite mittlerweile findet. Aber es kann auch sehr komplex werden, nämlich so etwas wie es wir heute machen, und zwar die Sitzplatzreservierung in einem Restaurant. Natürlich kann man das genau adaptieren für Sitzplatzreservierung in einem Zug, Sitzplatzreservierung in einem Flugzeug oder allgemein irgendetwas aus einem SVG-Bild zu selektieren. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, aber schon ein bisschen komplizierter. Was heißt, dieses Video richtet sich an die Fortgeschrittenen unter euch. Was heißt, ihr solltet schon TypeScript, CSS, HTML und natürlich einige Sachen in Angular können, damit ihr nicht ganz bei Null startet, sonst wird euch dieses Video relativ wenig bringen. Prinzipiell, wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Discord. Da könnt ihr Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier schon das, was wir heute machen werden, und zwar ein Formular mit einem sogenannten Custom-Formularfeld. Ihr seht hier Vorname, Nachname. Das ist ein Formular, wenn ich hier Max Mustermann reinschreibe, dann sehen wir, unsere Formular-Values hier oben verändern sich, aber hier unser Tischwert noch nicht. Auch ist unser Formular aktuell noch invalid, also einfach false. Und wir haben hier einen Plan, das ist einfach ein SVG-Bild von einem Restaurant mit fünf Tischen. Wenn ich hier auf einen Tisch raufklicke, dann wird dieser Tisch selektiert. Ihr seht hier oben, Tisch 3 wurde ausgewählt und unser Formular wurde valid. In dem Moment, wenn ich unseren Tisch wieder abwähle, wird unser Formular invalid. Wir kriegen einen Highlighter unseres Formularfeldes, dass dieses nicht korrekt ist. Und sobald ich das auswähle, wird wieder alles gut und wir haben einen neuen Tisch, nämlich Tisch 1, selektiert. Das ist das, was wir heute machen werden. Das heißt einfach ein wirkliches Custom-Formularfeld, was hundertprozentig mit unserem normalen Reactive Form-Modul in Angular funktioniert, aber trotzdem eine unfassbare Vielzahl an Möglichkeiten bietet, eure Formulare, eure Webseiten wirklich gut zu gestalten. So los geht's mit dem Setup dieses Videos. Ich habe hier eine ziemlich plain Angular-Installation. Das Einzige, was ich schon vorbereitet habe, ich habe Reactive Forms in der App.module hinzugefügt. Ich habe alles Unwichtige aus der App.component.ds rausgelöscht, wie ihr seht, und auch aus der App.component.html. Also ich habe quasi eine ziemlich leere Angular-Instanz. Mehr brauchen wir auch erstmal nicht. Und das Erste, was wir machen, wir müssen uns jetzt mal unser Formular definieren. Und damit beginnen wir. So, wie auch schon im letzten Video, beginnen wir als erstes mit der Definierung unseres Formulars. Dabei handelt es sich ganz normal, wie auch die letzten Male, um eine Public-Variable Reservierungform und hier vom Typ FormGroup. Das Nächste, was wir machen, neben FormGroup, brauchen wir auch jetzt eine Definition unserer FormGroup. Und das machen wir ganz einfach, nämlich so, wie auch schon die letzten Male. Und was wir jetzt brauchen, ist hier ein Vornamen, Vorname, Doppelpunkt, und sagen hier, das ist ein neuer FormControl-Wert. Und dieser FormControl-Wert hat keinen initialen Wert, hat erstmal keinen Validator und keinen asynchronen Validator. Wir haben aber drei Stück. Also wir haben ja nicht nur unsere Vornamen, sondern wir haben hier auch unsere Nachnamen. Das sollten wir jetzt auch mal hinzufügen, und zwar Nachname. Und hier unten haben wir unseren Tisch. Prinzipiell ist das alles relativ okay, so wie es ist. Wir wollen das jetzt noch ein bisschen erweitern und sagen, okay, jeder unserer Formularfelder ist quasi durch ein Validator required, damit unser Formular auch valid bzw. invalid werden kann. Dadurch haben wir unser Formular jetzt komplett definiert und können das erstmal so lassen, weil viel komplizierter wird unsere Formularlogik in diesem Fall nicht mehr. So, und los geht's mit dem eigentlich spannenden Part. Und zwar definieren wir jetzt unser Formular im Frontend. Hierzu füge ich mir jetzt einfach mal zwei Variablen ein, nämlich einmal Reservierungsform value über die JSON-Pipe und den Zustand unseres Formulars, also ob es valid oder invalid ist. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir auch hier zwei Strings, wo wir sehen Vorname, Nachname, Tisch und unseren Validitätszustand, nämlich in unserem Fall false. Das nächste auch, wie jetzt die letzten Male. Wir brauchen natürlich ein Formobjekt in unserem Fall wieder gebeindet mit der Formgroup, in diesem Fall mit dem Reservierungsform. Natürlich brauchen wir jetzt auch zwei Formfelder, die auch keinen großen Unterschied zu den letzten Malen machen, und zwar einmal eine Inputform mit Vorname und einmal eine Inputform mit Nachname. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche, haben wir hier zwei Formularfelder. Ich kann hier etwas eintippen, wie ihr seht, und unser Formular reagiert darauf wunderbar. Was heißt, diese beiden Felder funktionieren und können wir so abhaken. Aber wie genau kriegen wir jetzt unseren Tisch ausgewählt? Die einfachste Methode, die für ein Prototyp auch teilweise ausreichen würde, ist hier zu sagen, wir haben ein Select-Feld mit dem Namen Tisch und der ID-Tisch, sowie dem Form-Control-Name, in diesem Fall auch von Tisch. Hier drin sage ich jetzt, okay, wir haben hier eine Option, und diese Option ist Tisch minus eins, und hier haben wir Tisch eins. Das Ganze kopieren wir uns jetzt viermal und sagen hier Tisch zwei, Tisch drei, Tisch vier, Tisch fünf, 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 vier, drei, zwei. Zack, speichern das Ganze ab. In diesem Fall haben wir hier ein Select-Feld. Ich kann etwas auswählen, und ihr seht, unser Tisch wurde ausgewählt. Es funktioniert. Damit würde eure Logik des Formulars wunderbar abgebildet werden, und ein Nutzer könnte ein Formular reservieren. Es ist aber keine schöne Abbildung einer relativ komplexen Situation, nämlich der Reservierung eines Tischs in einem Raum. Der Nutzer hat keine Vorstellung darüber, wie dieser Tisch aussieht, wo dieser Tisch ist, wie groß der Tisch ist, und so weiter. Wenn ihr hier das besser machen wollt, dann eignen sich sogenannte Custom-Formularfelder, und das ist ja das, worum es heute geht. Das heißt, das hier löschen wir raus, brauchen wir nicht, sondern wir erstellen uns jetzt erstmal eine neue Komponente und bauen ein richtig cooles Custom-Form. So, das Erste, was man machen muss, wenn man ein Custom-Formularfeld bauen möchte, und man braucht natürlich eine neue Komponente. Diese Komponente heißt einfach Sitzplatz. Das erstellen wir uns jetzt, eine Default-Komponente. Zack, und in dem Moment wird Sitzplatz erstellt. Und zack, hier ist es auch schon aufgetaucht. Das können wir jetzt alles hier unten schließen. Das brauchen wir alles nicht mehr, sondern wir haben jetzt hier unsere neue Komponente, und unser HTML-Part in dieser neuen Komponente brauchen wir nicht mehr. Das löschen wir raus. Auch unseren HTML-Code, der hier drin ist, den müssen wir deutlich verkleinern, sondern wir machen jetzt hier ein bisschen Ordnung. Zack, und mehr brauchen wir hier erstmal nicht mehr, denn wir müssen jetzt erstmal unser SVG hier oben einfügen, statt unserem HTML. So, was viele nicht wissen, ist nämlich, dass Angular einfach die Möglichkeit bietet, hier einen Plan-SVG einzufügen. Das ist einfach ein SVG-Bild, was ich mit Adobe XD erstellt habe. Wichtig hier ist einfach nur, dass das, was ihr später auswählen wollt, alles in einer Gruppe ist. Also hier bei mir ist zum Beispiel jeder einzelne Tisch, den ich auswählen möchte, ist in einem G-Tag, also in einer Gruppe, und hat die Klasse Tisch. Wenn ich das Ganze jetzt so speichere, passiert hier erstmal nicht sonderlich viel, weil hier unsere Sitzplatz.component.ts auf unsere HTML verweist. Das müssen wir ändern und sagen, okay, wir verweisen jetzt auf unsere Sitzplatz.component.svg-Datei, und das heißt, das müssen wir umbenennen in Sitzplatz.component.svg. Wenn wir das Ganze haben und ich das hier abspeichere, dann findet der hier in dem Moment auch unsere Sitzplatz.component.svg, und wenn ich das hier mal angucke, sieht das halt auch genauso aus. In dem Moment, wenn ich das hier jetzt aktualisiere, haben wir hier unten, ihr seht es jetzt nur ganz schwach, so einen schwarzen Rahmen hier drin. Das sollten wir jetzt natürlich als erstes mal mit ein bisschen CSS ändern, und dazu gehe ich jetzt hier in unsere SAS-Datei rein, sage, okay, wir haben erstmal einen grünen Ton und einen Host. Dieser Host wird später wichtig, in unserem Fall als erstes sage ich, okay, in unserem Host, also in unserer Komponente, haben wir ein SVG. Dieses SVG kriegt nach oben und unten hin einfach ein bisschen Abstand. Außerdem möchte ich jetzt gerne die Wall, also das ist quasi mein erster Part, also der Rahmen, der außen und zu liegt, stylen, und dazu sage ich einfach Wall Fill mit einer Farbvariablen, und in dem Moment kriegen wir hier unseren Rahmen, und ich habe ja, wie gerade schon erwähnt, insgesamt fünf Tische, die befinden sich auch alle in dem SVG mit der Klasse Tisch, und in dem Moment habe ich diese fünf Tische hier farblich gestaltet. Wenn ich hier reingehe, ihr seht hier, ich habe hier oben die Klasse Wall und gestalte damit quasi diesen Pass, den wir jetzt ja so grau eingefärbt haben, und hier habe ich den ersten Tisch mit der Klasse Tisch, hier habe ich den zweiten Tisch mit der Klasse Tisch, und so weiter. Also das zieht sich jetzt hier unten durch, und in dem Moment haben wir hier unsere SVG eingefügt. Natürlich können wir jetzt hingehen und sagen, unser Tisch soll ja später klickbar sein, das heißt, wir sagen Cursor Pointer, und wir geben unserem Wall sowie auch unserem Tisch eine Transition mit. Außerdem brauchen wir zusätzlich später die Möglichkeit, wenn ich einen Tisch anklicke, diesen farblich zu markieren. Dazu nutzen wir eine Klasse und sagen Und, Selected, und sagen einfach, okay, in dem Moment, wenn unser Tisch Selected ist, In dem Moment sagen wir, die Fill Color ist CI Green. Und was wir natürlich auch haben, schon aus den letzten Videos, wenn unser Host ng-touched oder ng-dirty bekommt, also durch unser Formular validiert wird, und danach quasi hier die Möglichkeit hat, ng-invalid zu werden, dann wollen wir unser SVG etwas überarbeiten und sagen, unser SVG, also unsere Wall, sowie unsere Tische sollen ein bisschen angepasst werden. In unserem Fall sagen wir hier einfach ganz hässlich, wir wollen hier ein Fill erzeugen, und zwar ein Fill Red. Das Ganze speichern wir jetzt ab, können das hier auch ein bisschen kleiner machen, dass man das ein bisschen besser sieht, und wenn ich das jetzt hier aktualisiere und ich hier draufgehe, wird unser Cursor schon zu einem Pointer, aber wir haben noch überhaupt keine Logik in unserem Formularfeld, aber das kommt auch jetzt erst. So, nachdem wir hier jetzt unseren Plan unseres Restaurants sehen, haben wir hier in unserer App-Component.html in unserem Formular App-Sitzplatz eingebunden. Es handelt sich aber hier noch nicht um ein Formularfeld, das sollten wir ändern, deswegen fügen wir jetzt hier einfach Form-Control-Name ein und sagen, okay, bei dieser Komponente handelt es sich um das Formularfeld Tisch. Wir können jetzt natürlich hier auch noch sagen, okay, wir geben der korrekterweise jetzt auch noch eine ID mit, speichern das Ganze ab, und mehr müssen wir hier gar nicht machen. Der ganze Rest unserer Logik wird einfach wieder über Reactive Form und das Binding unseres Form-Control-Name gehandelt. Was wir jetzt machen müssen, ist in unsere Sitzplatz.component reinzugehen und hier das Formular deutlich zu überarbeiten. Und zwar das Erste, was wir machen, wir implementieren hier eine zusätzliche Funktion, beziehungsweise eine Klasse, und sagen, es handelt sich hier um ein Form-Value-Accessor. Das müssen wir hier aus dem Angular Forms einfügen, und was wir jetzt brauchen, ist ein Provider. Das heißt, unsere Komponente, die wir hier haben, wird jetzt zu einem einfach Reactive Form Field. Dafür kopieren wir uns einen fertigen Part aus der Dokumentation hier rein und kopieren uns diese oder importieren diese ganzen Werte hier auch noch aus unserer Geschichte und tauschen jetzt, in meinem Fall habe ich das schon gemacht, diesen Wert durch den Namen unserer Komponente aus. Und ihr seht, das hier ist Invalid. Und das heißt, wir brauchen hier noch bestimmte Funktionen, nämlich Write Value, Register on Touch, Register on Change. Diese Funktionen sind gesetzt durch Angular Reactive Form. Also ihr braucht diese Funktionen, und da gibt es auch keinen Weg, die umzubenennen oder anders zu definieren. Das Erste, was wir hier nämlich brauchen, ist drei Variablen. Und zwar einmal brauchen wir die Variable Touched. Und Touched ist einfach die Möglichkeit, dass unser Formularfeld später zu Touched werden kann. Das Nächste, was wir brauchen, ist eine weitere Variable on Changed. Und eine statische Variable ist das Ganze schon Touched, und eine statische Variable ist das Ganze Disabled, weil unser Formularfeld kann natürlich Disabled sein und ein Formularfeld braucht auch einen Value. Diese Variablen braucht ihr in jedem Reactive Form, also in jedem Custom Reactive Form Element. Und das Nächste, was wir brauchen, ist die Möglichkeit, das zu verändern. In unserem Fall ist also das, was hier jetzt danach kommt, diese Funktionen sind gesetzt. Die wichtigste Funktion, die wir haben, ist die sogenannte RightValue-Funktion. Hier sagen wir Value, in unserem Fall ist das ein String, kommt von außen in unsere Komponente rein, ups, das war falsch, kommt von außen in unsere Komponente rein und setzt unsere Value-Variable zu dem Value, was von außen gesetzt wird. Das Nächste, was wir haben, eine ziemlich einfache Funktion, und zwar Mark as Touched. Diese Funktion, wenn wir die aufrufen, reagiert mit unserem Control-Value-Accessor hier oben und sagt, wenn das Ganze noch nicht Touched ist, in dem Moment wollen wir, dass dieses Formularfeld Touched wird. Und dazu rufen wir die Standardfunktion hier oben einfach nur auf. Das reagiert nämlich auch alles über unseren Control-Value-Accessor und wir setzen unsere Variable sys.touched zu true. In dem Moment wird unser Formular einfach als, ja, im Prinzip Touched markiert und wird auch die Klasse ngTouched über unser React-to-Form-Module bekommen. Das Nächste, was wir brauchen, ist zwei weitere Funktionen, die sehr ähnlich sind, nämlich einmal Register on Change und wir haben natürlich hier nicht nur Register on Change, sondern Register on Touched. Und diese beiden Funktionen machen gar nicht viel, sondern die rufen einfach nur hier sys.ontouched auf und sagen on Touched und sys.ontached, das muss ich natürlich hier auch noch einfügen und rufen das auf. Diese beiden Funktionen sehen immer gleich aus, genauso wie diese Funktionen, weil das standardmäßig über den Control-Value-Accessor kommt. Und diese Klasse braucht auch diese Funktion, um zu funktionieren, damit wir quasi die verschiedenen States eines React-to-Form setzen können. Das Nächste ist, man kann über das React-to-Form-Module auch ganze Formulare beispielsweise disablen. Damit auch unser Feld darauf hört, brauchen wir die SetDisabledState-Funktion und sagen hier, okay, ist disabled, ist ein Boolean und in unserem Fall gibt uns das auch nicht zurück. Das Einzige, was diese Funktion macht, ist, unsere Variable ist disabled nehmen und ist disabled dieser Variable zuweisen, sodass auch unser Formular disabled werden könnte oder sich optisch verändert, wenn es disabled wird, wie beispielsweise ein klassisches Input-Formular. In dem Moment, wenn ich das Ganze jetzt hier abspeichere, passiert hier erstmal nicht wirklich viel, weil wir noch keine Möglichkeit haben, unsere Formular-Variable zu verändern, sondern das müssen wir jetzt machen in einem nächsten Schritt. Generell gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, die wir jetzt machen müssen. Und zwar haben wir zwei verschiedene Funktionen. Einmal eine Public-Funktion, die heißt Select, die gibt uns auch nicht zurück und wir haben eine zweite Public-Funktion, ist Selected. und diese gibt uns etwas zurück und zwar ein Boolean. Die sagt uns quasi, ist unser Feld gerade selected oder nicht. In unserem Fall sagen wir, diese Funktion erwartet von uns jetzt eine Option vom Typ String und vergleicht einfach Option gleich 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 Sys Punkt, ups, das war falsch. Hier oben, das muss natürlich raus und zwar sagen wir hier Sys Punkt Value, also ist unsere Option, die wir gerade vergleichen wollen, vom Typ Value, dann gib uns zurück, das ganze Ding ist selected. Das nächste, was wir bei Select haben, wir erwarten hier auch eine Option, in unserem Fall auch String und sagen, okay, das erste, was wir machen, ist unser Formular disabled. Also wir sagen, wenn es nicht disabled ist, dann wollen wir das Ganze ausführen, sonst ist das uns egal, dann ist das hier nicht möglich, das auszuführen, damit wir auch das durchführen können. Das nächste, was wir machen müssen, ist hier unten, egal was wir hier drin jetzt machen, wir müssen das Ganze als Touch markieren. Also in dem Moment, wenn wir etwas verändern, rufen wir einfach die Mark as Touch Funktion aus unserem Control Value Accessor aus, die wir ja quasi hier definiert haben, was dann passiert und sagen, okay, das ganze Ding ist true. Das nächste, was wir machen, in dem Moment, wenn wir etwas auswählen, gibt es hier die Möglichkeit, dass wir es schon ausgewählt haben. Das heißt, wir brauchen hier eine Aufsplittung und zwar einmal sagen wir entweder, wenn unsere Option schon ausgewählt ist, dann wollen wir es deselektieren quasi und dazu sagen wir jetzt, this Punkt ist selected und übergeben das einfach. Wenn das hier true ist, dann sagen wir, hey, unser Formular Value, also this Punkt Value, wird einfach zu nichts. Das nächste, was wir machen, ist, okay, wir haben es noch nicht ausgewählt, dann wird unser Formular Value einfach zu unserem Option Value und wir können das Ganze nutzen. Aktuell würde aber noch nichts passieren. Wir würden zwar diese Variable jetzt verändern, aber unser React to Form würde noch nicht darauf hören. Unser React to Form hört nämlich nur auf diese OnChange-Funktion hier oben, die über unseren Control Value Accessor definiert wird. Wir müssen also hier unten, egal was wir hier drin machen, immer die OnChange aufrufen und hier this Punkt Value an die OnChange-Funktion übergeben und in diesem Moment haben wir quasi unsere Logik für unser Formularfeld definiert, sodass React to Form mit unserem Custom-Formularfeld arbeitet, da wir jetzt quasi hier drin dieselbe Logik implementiert haben, die beispielsweise Form, hier das der Vorname oder der Nachname, also dieses Input-Feld auch mitbringt. Was wir jetzt natürlich noch nicht haben, ist irgendeine Form von Zuweisung in diesem SVG-Wirrwarr, den wir hier besitzen und das müssen wir natürlich ändern. Aber in dieser Datei etwas zu verändern, ist deutlich leichter, als man denkt. Wir haben hier hier immer unseren Tisch und unser Tisch soll ja standardmäßig eine Klasse selected zugewiesen bekommen, wenn er hier drin ist. Das heißt, wir weisen einfach eine Klasse zu, in unserem Fall vom Namen selected und rufen hier einfach ist selected auf, in unserem Fall mit dem String Tisch 1. Also wenn quasi unsere Option Tisch 1 ist, dann bekommt diese erste Gruppe quasi Tisch 1 selected. Das Ganze müssen wir natürlich gleich ein paar Mal kopieren, aber wir haben ja auch die Möglichkeit, mit einem Klick einen Tisch auszuwählen. Und hierzu sagen wir einfach select und ob man es denkt oder nicht, hier kommt jetzt einfach derselbe Wert rein. Das heißt, ich rufe die Select-Funktion auf mit der Variablen Tisch 1. Das hier kopieren wir uns jetzt einfach ein paar Mal, nämlich hier runter und sagen hier Tisch 2, Tisch 2 und hier nochmal, und zwar Tisch 3, Tisch 3, nochmal Tisch 4, Tisch 4 und hier unten noch ein letztes Mal Tisch 5, Tisch 5. Das Ganze speichern wir jetzt ab und in dem Moment, wenn ich hier draufklicke, selektieren wir hier oben unseren Tisch. Ich kann das jetzt hier verändern. Ich kann auch, wenn ich nochmal drauf drücke, das D selektieren und ihr seht hier, unser Formular wird schon rot, weil wenn ich mir das jetzt hier drin mal genauer angucke und ein bisschen reinzoome und das Ganze hier auch ein bisschen größer mache, dass ihr was seht, dann sehen wir, dass hier unser Formularfeld, das wir hier haben, einfacher ein SVG-Feld ist mit der Klasse Tisch, aber ich sehe auch, dass unser komplettes App-Sitzplatz hier ng-touch bekommt, ng-dirty und ng-invalid. Wenn ich das hier auswähle, kriegen wir hier ng-valid und touched und dirty. Touched wird auch nochmal aufgerufen, wie ihr seht. In dem Moment, wenn ich hier drauf bin, wenn ich das Formular initial mal lade, sehen wir, wir haben hier ng-untouched, ng-pristine und ng-invalid. Also das ganze Formular wird schon komplett über das Reactive Form gestaltet und dadurch, dass wir das hier aufrufen und das hier auch aufrufen, funktioniert das auch wunderbar. Wenn ich hier drauf drücke, seht ihr genau das, wie es soll. Es verändert sich und hier oben verändert sich auch dementsprechend unser Formularwert. Damit habt ihr also die Möglichkeit, ziemlich komplexe Abbildungen extrem einfach nachzubauen. Also das Komplizierteste ist quasi in Adobe XD dieses SVG-Bild zu erstellen, was eigentlich nur ein paar Boxen sind, die man zusammensteckt und das wird jeder UX-Designer für euch hinkriegen können, so ein SVG-Bild zu erstellen und ihr müsst es dann einfach nur noch einbinden. Braucht im Prinzip nur zwei Funktionen, nämlich einmal ist es selected, ist es oder wählt etwas aus, müsst euch merken, dass ihr hier den OnChange setzt und dass ihr es marked as touched habt und in dem Moment diese fünf Funktionen einfach aus diesem Video rauscopy-pasted oder aus der Angular-Dokumentation, weil diese verändern sich in der Regel niemals. Die sind einfach immer gleich und kommen einfach hier über den Control-Value-Accessor. Damit kann man das quasi ziemlich einfach umsetzen und jede Art von Formularfeld sein Bedürfnis und entsprechend anpassen und in sein Projekt implementieren. So, das war's für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, findet ihr dort auch jede Menge Social-Media-Links, wo ihr mich erreichen könnt oder Amazon-Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diese schnell supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem weiteren Angular-Tutorial. Bis dann. ... ... Vielen Dank.